Jo, hallo Leute, hier ist aber euer GravelpitLP und ich wollte eigentlich nur ein ganz kleines, ganz kurzes Video machen hier am späten Abend und euch einfach mal für die 23.000 Abonnenten danken, denn ich habe gerade gesehen, wir haben diese epische Zahl mit dem Gravelpit überschritten und ja, vielen, vielen Dank Leute, ich hoffe, euch wird auch in Zukunft der Stuff gefallen, den ich hier produziere. Hier dahinten sehen wir noch den Estadari Tower, den perfektionierten. In der nächsten Ausgabe von Super Random Shit, das wird dann auch die letzte sein, die sich damit befasst, werden wir uns nochmal einem Problem dieses Towers, der, ja, das immer noch besteht, annehmen und dann werden wir uns neuen Problemen der Minecraft-Welt widmen. Nun gut, vielen Dank aber nochmal an alle 23.000 Abonnenten, Leute. Ich weiß, ist nichts Großes, aber ich denke, manchmal ist auch ein einfaches Dankeschön nochmal wichtig und ja, das möchte ich euch hiermit geben und jetzt nochmal in allen möglichen Ausführungen, die mir irgendwie so einfallen. Also, äh, Dankeschön, Alligator, äh, vielen Dank, ähm, Dankeschön, vielen, vielen Dank, ich verneige mich wie Japaner und ja, in diesem Sinne hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Euer Gravelpit LP. Ciao.